Bhagavad Gita, Vers 2.6 Auch wissen wir nicht, was besser ist, die Söhne Tri Tarashtras zu besiegen oder von ihnen besiegt zu werden. Wenn wir sie töten, wäre es besser, nicht mehr zu leben. Nun stehen sie vor uns auf dem Schlachtfeld. Erklärung Obwohl Kämpfen die Pflicht des Kshatriya ist, wusste Arjuna nicht, ob er kämpfen und damit wagen solle, unnötige Gewalt anzuwenden, oder ob es besser sei, sich zurückzuziehen und vom Betteln zu leben. Wenn er den Feind nicht besiege, sei Betteln sein einziges Mittel, für den Lebensunterhalt zu sorgen. Auch war der Sieg nicht sicher, da jede Seite aus der Schlacht siegreich hervorgehen könne. Auch wenn sie Sieg erwartete, denn ihre Sache sei gerechtfertigt, würde es dennoch sehr schwierig sein, in der Abwesenheit der getöteten Söhne Tri Tarashtras zu leben. Unter diesen Umständen bedeutete auch der Sieg eine Art von Niederlage. All diese Überlegungen Arjunas beweisen eindeutig, dass Arjuna nicht nur ein großer Gott geweihter, sondern auch sehr erleuchtet war und vollkommene Kontrolle über seinen Geist und seine Sinne hatte. Sein Wunsch, sich durch Betteln am Leben zu erhalten, obwohl er in einer königlichen Familie geboren war, ist ein weiteres Zeichen seiner Entsagung. Er war sehr tugendhaft, wie diese Eigenschaften und sein Vertrauen in die unterweisenden Worte Shri Krishnas, seines geistigen Meisters, zeigen. Man kann daraus schließen, dass Arjuna geeignet war, befreit zu werden. Solange die Sinne nicht unter Kontrolle sind, gibt es keine Möglichkeit, auf die Ebene des Wissens erhoben zu werden, und ohne Wissen und Hingabe ist es nicht möglich, befreit zu werden. Arjuna war also qualifiziert, transzentales Wissen zu empfangen, von seinen überragenden Befähigungen auf der materiellen Ebene ganz zu schweigen.